Guten Morgen! Ich stehe hier in meiner Küche und mache mir Frühstück und höre die wichtigsten Nachrichten des Tages. Ich bin ja neu auf diesem Kanal. Und ich finde Tanzverbot ja schon wahnsinnig, aber der? Ihr müsst euch das anhören. Der hat 20.000 Abos und hält sich für einen großen YouTuber, will sich in PC sponsoren lassen. Ihr habt meinen PC sponsort, ich habe nur 2.000. Ihr habt mein PC bezahlt, ihr könnt euch sicher daran erinnern. Ihr wollt auf irgendeinem Festival einen Presseausweis haben? Ich amüsiere mich köstlich. Ich amüsiere mich köstlich. Köstlich! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.